Achtung, Baum fällt, aber leider nicht wie geplant. Mithilfe eines Baggers, eines Traktors und eines Seils soll dieser riesige Baumstamm entfernt werden. Der Platz wird für den Bau einer vierspurigen Straße benötigt. Doch leider ist die Aktion nicht gut koordiniert. Der Baum fällt zwar aber nicht in die gewünschte Richtung. Statt auf die Straße kippt der Stamm auf ein daneben stehendes Haus und lässt es teilweise einstürzen. Zwei Frauen werden bei dem Zwischenfall verletzt und müssen in ein Krankenhaus gebracht werden. Über ihren Gesundheitszustand ist nichts bekannt.